Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns eine Übung programmieren und zwar gleich auf zwei Arten wollen wir uns eine Lösung programmieren und zwar ist die Aufgabe Fakultät zu schreiben. Es gibt zwei Arten wie man Fakultät implementieren kann, zumindest jetzt mal so direkt und zwar ganz kurz zu Fakultät, da schreibt sich fünf Ausrufezeichen, das hatten wir schon mal und berechnet sich als 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 ja und das ist dann irgendeine hohe Zahl, ich habe keine Ahnung. Und jetzt können wir folgendes tun oder was eure Aufgabe ist. Ihr sollt einmal hier die Variable x vom Typ Integer als die Fakultät von n berechnen, wobei ihr n einfach als Zahl nehmen könnt, also das wäre zum Beispiel dann 5 oder 6. Das soll ein Parameter sein und dann könnt ihr noch eine Variable y nehmen, die auch nochmal Fakultät berechnet, aber rekursiv. Fakultät rekursiv. So und hier könnt ihr auch nochmal irgendeine Zahl reinhauen und das sind jetzt eure beiden Aufgaben. Einmal Fakultät nur so normal berechnen, in einer Funktion allerdings ausgelagert mit Return Word, mit allem drum und dran, das ist die Aufgabe, das ist Teil 1 und der zweite Teil ist, ihr sollt Fakultät rekursiv berechnen. Und das wollen wir beides jetzt gleich noch lösen. So, also ich hoffe, ihr habt die Aufgabe jetzt bearbeitet, ansonsten pausiert mich bitte und macht sie. Und jetzt geht es zur ersten Lösung, zur ersten Lösung erstmal. Gut, zunächst einmal müssen wir uns natürlich eine neue Funktion schreiben, das heißt wir sagen hier def-fakultät und natürlich, äh Quatsch, nicht def, Entschuldigung, ich habe gerade Python programmiert. Und, ich meine natürlich fun, ihr habt nichts gesehen. Ähm, und ja, in Python heißt das Ganze def, es tut mir sehr leid. Ähm, und wir haben hier eine Zahl n, für die wollen wir die Fakultät im Endeffekt berechnen, die hat den Typ Integer, okay? Und natürlich soll auch wieder ein Integer rauskommen, denn ansonsten könnten wir hier das dann nicht machen. Und wir brauchen natürlich geschweifte Klammern, damit wir eine Funktion definieren. So, super easy, ähm, und was wir jetzt machen im Endeffekt, ist eigentlich relativ einfach. Wir sagen, for i in 0 bis, äh Quatsch, wir fangen bei 1 an, 1 bis n hoch, also da wollen wir quasi aufhören. Von da bis da wollen wir quasi alle Zahlen einfach aufmultiplizieren. Und das machen wir hier in varResult, also das Ergebnis von unserer Berechnung, das wird gespeichert als Integer auch wieder und startet mit 1. Denn wir fangen an, also wie gesagt, die Fakultät von 1 oder sowas, die ist selbstverständlich, äh, oder die Fakultät von 0, die ist 1. Also alles definiert als 1. Ähm, natürlich negative Zahlen, also als n negative Zahlen ist nicht definiert, das haben wir nicht abgefangen. Dazu kommen wir noch, wenn es um Fehlerbehandlung geht. Und dann machen wir einfach folgendes, wir gehen von 1 bis hoch zur Zahl n und multiplizieren einfach tatsächlich Result ist gleich Result mal i. So, fertig. Und jetzt geben wir das zurück. Return, ähm, Return Result haben wir es genannt. So, cool. Und jetzt können wir hier schon mal x ausgeben. Print Line x. So, und dann können wir sagen, okay, die Fakultät von 6, damit habe ich das hier auskommentiert, damit das hier keinen Fehler wirft. Die Fakultät von 6, naja, das ist 720. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß ungefähr, glaube ich, die Fakultät von 5, die sollte 120 sein. Das ist schon mal sinnvoll. 6 mal 120, das dürfte auch als richtiges Ergebnis hinkommen. Wundervoll. Und ja, so funktioniert es im Endeffekt, wenn ihr das Ganze nicht rekursiv macht. Das war der erste Teil eurer Übung. Jetzt kommt der zweite. Das heißt, pausiert mich wieder und schreibt diese Fakultät rekursiv hier als weitere Implementierung hin, indem ihr eine Rekursion anwendet. Das ist die zweite Art und Weise, wie man das machen kann. Okay, und jetzt geht es zur Lösung. Ich hoffe, ihr habt alle die Aufgabe bearbeitet. Ansonsten ist das natürlich relativ schwachsinnig. Aber gut, wir sagen hier Fakultät rekursiv. Ich kopiere mir das, damit ich mich nicht verschreibe. Auch mit einem Parameter namens n vom Typ int. Und wir geben natürlich auch hier wieder ein Integer zurück. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze rekursiv berechnen. Das heißt, ich möchte hier das Ganze runtersetzen. Ich möchte gerne y ausgeben. Und wir wollen auch noch x ausgeben, weil wir es einfach können und weil wir dann den Vergleich haben zwischen den beiden Variablen. So, jetzt ist natürlich hier die Frage, was passiert, wenn wir hier das ganze Ding aufrufen? Naja, was wollen wir denn zurückgeben? Wir geben zurück erstmal, also so wird ja Fakultät berechnet, n mal n minus 1. Ja, das heißt, das sollten wir vielleicht klammern, damit es eindeutig ist. Wir geben 5, äh, nicht n, sondern wir wollen im Endeffekt n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter und so fort haben, bis wir bei 1 angekommen sind. Ja, das können wir mit der Vorschleife machen, haben wir so gemacht. Aber wir können es auch mit einer Rekursion machen und dazu sagen wir hier, okay, wir haben n mal und dann rufen wir Fakultät rekursiv auf, n mal das, was bei n minus 1 rausgekommen ist. Das heißt, wir sagen hier bei Fakultät von 5 zum Beispiel, ähm, sagen wir 5 Fakultät ist gleich 5 mal 4 Fakultät. Und das wiederum, also 4 Fakultät, 4 Fakultät ist gleich 4 mal 3 Fakultät und 3 Fakultät ist gleich 3 mal 2 Fakultät und 2 Fakultät, 2 Fakultät ist gleich 2 mal 1 Fakultät und 1 Fakultät, äh, viel Fakultät heute, ähm, es hört sich irgendwie nach Fekalien an, ich weiß nicht, ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus. 1 Fakultät ist definiert als 1. So, das heißt, wir haben schon unser Abbruchkriterium hier drin und alles andere haben wir, wie sich es berechnet. Das heißt, wir sagen hier, okay, 5 mal 4 Fakultät, naja, wenn wir das Ganze mit 5 aufrufen, oder 6 mal 5 Fakultät, das ist quasi 5 Fakultät hier und das ist hier, ähm, 5, äh, 6. Genau, und jetzt brauchen wir noch das Abbruchkriterium, naja, damit wir nicht in die unendliche Negativität kommen. Wenn wir hier kleiner sind, wenn n kleiner als, kleiner oder gleich 1 ist, also damit wir auch Fakultät von 0 oder Fakultät von minus 100.000 angegeben haben, dann geben wir einfach Return 1 zurück, ja. Das heißt, hier ist 1 Fakultät definiert als 1, 0 Fakultät ist auch mathematisch definiert als 1 und die negativen Zahlen haben eigentlich keine Fakultät. Da wir aber mit Fehlern noch nicht umgehen können, geben wir hier auch einfach 1 zurück, damit wir nicht eine Endlos-Rekursion bekommen. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann haben wir hier die Fakultät von 7 drin. Ich mach das mal auf Fakultät von 5, damit wir dieselben Ergebnisse haben. Wir sehen, 120 und 120, das ist doch mal gar nicht so schlecht gewesen. So, jetzt geh ich mal hoch hier auf 500 und ja, wir werden wieder ein Overflow bekommen, ähm, und wir bekommen einfach nur 0 raus. Ähm, was natürlich nicht so sinnvoll ist, aber gut, okay, ihr seht, die Berechnung dauert jetzt nicht so lange. Warum dauert die jetzt nicht so lange? Ähm, 0 stimmt natürlich auch hier nicht, wir haben hier auch schon einen Overflow drin, weil 50 Fakultät einfach riesig ist. Ähm, warum haben wir hier keinen Overflow drin? Äh, Quatsch, warum haben wir hier keine so lange Berechnungszeit? Naja, das Problem war letztes Mal, ähm, bei der Rekursion haben wir hier tatsächlich gesagt, okay, wir berechnen zweimal Fibonacci für jede Fibonacci-Rechnung, die wir haben. Das heißt, wir haben eigentlich eine exponentielle Laufzeit gehabt. Also wir haben gesagt, okay, für 5 Fakultät musst du 4 und 3 Fibonacci berechnen, für 4 brauchst du 3 und 2 und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Aufruf hat zwei weitere Aufrufe mit sich geführt, während hier haben wir nur einen Aufruf. Das heißt, 5 Fakultät, 4 Fakultät, 3 Fakultät ist eigentlich relativ straightforward und am Ende wird einfach alles aufmultipliziert und die Laufzeit ist eigentlich nicht allzu schlimm. Das Ganze nennt sich auch Endrekursiv und da hat eigentlich auch Kotlin seine eigene Lösung dafür, die auch nochmal ein bisschen effizienter ist, aber die brauchen wir nicht dringend. Ähm, die ist eigentlich nur ein kleines Gimmick für sehr, sehr fortgeschrittene Leute und ja, werden wir vielleicht später reingucken, aber ist nicht so wichtig. Ähm, was ich euch damit sagen wollte ist, dass das hier relativ schnell noch zu berechnen ist, aber diese Variante hier trotzdem noch effizienter ist, deswegen, wenn ihr könnt, schreibt immer so eine direkte Berechnung ohne Rekursion, aber ansonsten, wenn ihr so eine Rekursion habt, wo nur einmal ein Aufruf drin ist, dann ist das auch völlig fein. Cool. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Übung Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.